Willkommen im Sanitätshaus Schweikert, Ihrem Spezialisten rund um Orthopädie und Rehabilitation. Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse, wenn es um professionelle orthopädische Einlegesohlen und vieles mehr geht. Durch modernste Technik und Handwerksgeschick kreieren wir perfekt sitzende Einlagen, die Sie schmerzfrei durch den Tag bringen. Das Zusammenspiel von Spezialmaschinen und Handarbeit bei der Fertigung macht unsere Einlagen zu etwas ganz Besonderem. Über Jahrzehnte hinweg haben wir unser Handwerk perfektioniert, um Ihnen dabei zu helfen, ein aktiveres Leben führen zu können. Hierbei setzen wir auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Verarbeitung, egal ob es um die Fertigung einzelner Einlagen oder das Entwerfen von orthopädischen Maßschuhen geht. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Arbeit und besuchen Sie unser Sanitätshaus in Kornwestheim. Ob Schuhreparatur, Einlegesohlenfertigung, Orthesen oder Bandagen, wir haben genau das, was Sie benötigen.